Bitte, hab... Ach, nee, du bist Wahrsager. Nee, 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 nee. Ich weiß, wo ich hin muss. Perfekt. Äh. Ja, Fede. Damit fliegt man woanders hin. Ich meine, ist ja nicht so, als ob ihr wieder verschwindet, ihr scheiß Viecher. Boah, die sind so unfair einfach. Okay, was macht das hier? Das ist sehr mysteriös. Boah, ist das gemein einfach. Ist wirklich gemein. Nicht. Äh. Wo zum Teufel fliegen die hin? Ja, geil. Ja, und die eine Fee hat eine super KI. Hey, ich fliege mal dahin, wo der mich bestimmt nicht treffen kann. Oder erwischen kann. So, ich will aber ein paar Feen haben. Äh. Danke. So. Ich muss noch mehr haben. Moment. Ich will aber gerade gucken. Ich meine, hier könnten wir nämlich noch... Äh. Cool. Ich wusste gar nicht mehr, dass das so ging. Geil. Ach du scheiße. Nö, ich hab genug Münzen. Ja, du bist so ein Arsch. So, bleib mal schön da. Muss man das hier kaputt machen, falls man das überhaupt so kaputt machen konnte, ja, schön. Nein, ich hätt's mir auch denken können, schön, dass das mir jetzt nix gebracht hat. Boah, war hier nicht irgendwas? Hm, Moment, 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 Moment. Lieber mal testen gerade. Aha. Okay, das war einfach nix. So, wir haben eine Fee, wir müssen noch ein paar mehr haben. Äh, was ist denn hier, hier ist auch nix. Äh, ne, ich will lieber die Feen haben, auch wenn die nicht voll Lehm machen. Das ist auch nix. Gehen wir mal zum Schmieden. Oh, stimmt, da kann ich ja noch gar nicht hin. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Dafür brauchen wir nämlich von dem vierten Dungeon, glaube ich, kriegen wir die Handschuhe. War ich hier schon? Ah, hier ist der Frosch. Schön, schön, schön. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Handschuhe haben. Vorher lohnt sich das nicht, hier weiter zu gehen. Okay, wir merken uns, oben das Dungeon müssen wir noch machen. Ich laufe erstmal volle Kanne vorbei. Boah, die erwischen aber genau diesen... Oh, hier ist ja noch eins. Da oben rechts. Kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Wow. Danke. Subi. Okay, hier muss doch irgendwas sein. Okay, das ist sehr komisch. Warte, ich will mich gerade weg teleportieren. Mal gucken, ob das dafür war. Nein. Das ist wirklich einfach nur da. Ich will dann aber trotzdem mal gucken, was hier denn ist. Ah, die scheiß Dinger. Eine Bombe. Schön. Äh. Ah. Spiel. Mensch, jetzt sei nicht so penibel. Du kriegst mich nicht. Kann ich hier oben rein? Nein. Kann ich nicht. Kann ich gerade alle kaputt machen? Okay, dann hole ich mal gerade die restlichen zwei Feen. Ich dachte nämlich, wir könnten hier schon das vierte Glas bekommen. Aber anscheinend ist es nicht so. Ja, geil. Das ist nicht mehr normal. Schön. Jetzt haben wir auch wieder voll. Ja. Oh, wie viele Rubine wir kriegen. Okay, dann mal auf zum Dungeon. Du kannst mich mal... Ah ja, ist klar. Wir müssen natürlich noch eine Karte haben. Ich geh mal direkt hier unten her. Ich weiß gar nicht mehr, was die machen. Okay, dann ist es auch egal. Jetzt war auf jeden Fall schon mal richtig. Uff, uff, uff. Ah, okay, die können schießen. Schön zu wissen. Das war wieder knapp. Ach, verdammt, ich will keine Rubine. Das bringt mir nix. Zumindest nicht mehr. Ja. Nein, nein. Hier. Okay, hier ist auch im Moment nix. Dann wechsle ich mal die Seiten. Geh mal hier hoch. Da kann ich nämlich direkt was kaputt machen. So, bevor wir hier unten gucken, bevor ich wieder die 10.000 Rubinen vergesse. Geil. So, hier geht's nur... Ah, runter und hoch. Ich bleib auch mal hier. Okay. So, viel dazu. 10.000 Rubine. Und doch, war richtig. Na, Moment. Dann geh ich mal... Hä? Wieso kommt der 1 zu 1 direkt wieder runter? So, lass mich raten. Rubine. Nein, der Kompass. Okay. So, dann haben wir das auch alles gemacht. Dann müssen wir ja schon fast da oben hin. Ach ne, da oben rechts können wir her. Okay. Ach, Schitte. Ach, da. Ach so. Das ist aber jetzt schlecht. Hm. Hm, hm. Äh, ja. Also da links konnten wir zwar reingehen, aber da war nix. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie kommt man denn jetzt da hin? So, da oben. Ich wurde getroffen von dem komischen Zauber. Wann dat denn? So, hier war ich. Aber hier ist ja nix. Okay, da muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal hierher gehen? Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Kann ich mich hier raus teleportieren? Na. Muss ich vielleicht alle Gegner treffen. Killen. Ach. Ich weiß noch nicht, warum ich grad so extrem in Bewegung bleibe. No. Hm. Ich weiß echt nicht. Was soll? So, da rechts kann ich nicht. Dafür brauche ich einen Master Key. Finde ich hier schon einen Master Key? Nein Oder? Moment, da muss ich nochmal jetzt genau gucken Ach, Schitte Okay, so, jetzt gehe ich mal hier her Also da unten kann ich nur die Treppe gehen Hier ist einfach gar nichts Hier ist einfach eine Bombe Was mir aber leider nichts bringt Wow, das war knapp So, was war hier? Also hier war auf jeden Fall kein geheimer Raum Hier ist nur Geld Dann ist hier bestimmt auch Geld Ach, ne Bomben Hier war auch kein Da war schön Ah, okay, schön zu wissen Okay, ich muss hier unten Ganz unten links dann also hingehen Okay, merken wir uns So So Und dann hier hin So, jetzt lasst mich raten Master Key Okay, dann hat sich das erledigt Dann hat sich das erledigt Ah, höh? Okay, kommen die gerade einfach so? Wollen wir mal Das Ding mal weg geht So, mal gerade gucken Ja, dann gehen wir direkt mal hier unten hin Würde ich sagen Okay, komm Die kann man doch bestimmt verschieben, oder? Nein Oh, verdammt Genau, irgendwie so gingen die Wo gehe ich denn jetzt am besten her?